Komm und lieg mit mir! Wir machen uns das besser an. Und wir sollten Mia holen. Zu Mia. Oh, und Yuko. Die Ruhe war schön, solange sie währte. Ich muss los, aber ich komm bald wieder. Oh, was ist denn das? Ja, nur nicht zu dicht dran. Ich bin der Zirkusdirektor, und zwar der einzig wahre Rixel. Willkommen auf Centopia, Rixel. Oh, ich danke euch ergebenst, Eure Majestät. Mo, Yuko, kümmert euch um unsere Gäste. Wow, das hier muss ich On-Show zeigen. Ich hol ihn. Du bist schwimmen gewesen? Oh, Extravaganza. Aha, jetzt verstehe ich dich, mein kleiner Freund. Oh, hier, sieh doch. Guck mal, was ich für dich habe. Gehen Sie zurück. Sie machen ihm Angst. Wundervoll, furchtsame Kreatur. Ich will ihn nur anfassen. Nein! Und schau, lauf! Hab dich nicht zu, du misstrauisches Ding. Ich will ihm doch nicht wehtun. Ich krieg das schon irgendwie hin. Meister, ich habe es gefunden. Das geflügelte Einhorn. Tatsächlich? Sieh zu, dass du dieses Fohlen nach Distopia schaffst. Dann wird dir dein Wunsch erfüllt werden. Gargona. Meister! Wer seid ihr? Ich bin eine Dunkelelfe. Ich bin gefangen hier auf Centopia. Du wirst ihm helfen, das geflügelte Einhorn zu fangen. Dann erst wird der Weg für dich frei sein. Wie es aussieht, mein Lieber, sind wir jetzt Partner. Au! 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 Und keine Sorge, ich bin ganz bald wieder hier. Und dann werden wir zusammen herausfinden, was Rixel wirklich vorhat. Aaaaah!